hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animations roda und daily an xd ich bin schon total im daily modus die idee die idee von der daily animation oder und haben nein hier sie ist es mal wieder sie sofort gleich youtube gegen episode 420 mit 14 inseln sind schon da und bei den vier inseln und jetzt machen wir ja die fünfte ging man nicht mehr da und aber auf jeden fall eine mega geile leistungen schauen wir mal ganz kurz was hier passiert gegen die wird jetzt gekämpft gegen bombshell bombshell wird ganz schnell jetzt gekämpft da spielt er nen bob aber ich komme mit nem peter er sagt ich liebe bier ich mach den chicken fight und ein eugene welcher ist am start der macht den gleich kalt den bombshell ja von schnell kann ich hier nicht nicht reden dass der bitte so mit ihm nicht lang also aber jetzt haben wir gehen mit dem riesen dome jean und rogers kleiderschrank hier nochmal so gegen bombshell episode 420 ich liebe es i love it ich trau mich gar nicht ist auszusprechen was da oben steht das mutter mutter funky monster das mutter funky monster so jetzt haben wir hier noch einen surfing academy mit schulabschluss und es war es gegen mutter funky monster ja da stand nichts anderes nein 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 und weiter geht's der nächste der nächste an dieselbe damen so brian ist der nächste gegner comment ooooh mein gott dann habe ich mir hier eine eiräck lobster princess little pitties und Aerxias nehmen wir hier präsent wir waren katz gegen brian biege schule banding school schein prozess louis mock trial louis mr business und is a marmalade ich bin der kleine wanschbäer und ich mache ihm das leben schwer wo kommt er dann her dann ja dann ja dann ja dann ja mit einem eirek lobster dann kommt sie mit einem bender auf das bäd so mein peter mein peter muss ich jetzt was einfallen lassen sonst hat mein peter echt probleme hier aber der holt jetzt erst mal ein paar leben so und jetzt kommen wir hier mit dem jean belcher super kommt man zu bad gott und das war es gewesen gegen tanja ja nächstes match auf geht's let's go waschi let's go let's go waschi let's go auf dem mars auf dem mond überall ein waschbär wohnt fröhliche waschis über fröhliche waschis überall soo joe jealous bobby oder wir hätten hier den carrot hill und der carrot hill der wird jetzt gleich hier vorne pirate cannon platt machen was soll er dagegen tun black lightning hier ist für nicht destroy so noch fünf matches sind offen und für zehn minuten zu spielen elf minuten bombshell da kommt er mit einer tom landry middle school und hier komme ich wieder mit einem bobby und wieder jetzt können wir es ja schlimme tina schlimme tina schlimme tina sorry aber da hast du keine chance gegen meinen kerl da kackst du ab der zerstörte ich der vernichtet die no chance baby no chance na noch die kloppereller hätte ein monster ein monster ich finde den mega mega kranke karte ja so ist das schön ein schöner montag abend im kreise der liebsten und den liebsten aus meiner gilde ja so hier geht es weiter wir machen den jetzt da oben mit kloppereller machen wir den ringer bobby kaputt da kann er noch so viel brüllen da und das war's und das war's und das war's ich würde mal sagen wir haben richtig rasiert ja definitiv rasiert so noch mal black black lightning 10 dr boben stein boben stein am start ja den werden wir mal so richtig die kloppereller hinterher meine fresse guckt euch das an 81 jetzt schon oh mein gott dr boben stein i love this card man dr boben stein gegen black lightning ja schön 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 und jetzt haben wir noch zwei matches offen dann haben wir diesen sieg geschafft dann haben wir diesen sieg geschafft gut die haben jetzt den schlag auch nicht mehr richtig mitbekommen das war jetzt echt das war ja ein eine regelrechte vernichtung sage ich mal scharfschütze bobby scharfschütze bobby jetzt komme ich mir das da fing academy und dann den eugen belcher drauf kommt der ja jetzt haben sie es richtig der diorama jean jetzt haben sie es richtig nicht die nachrichten tina ja so ein match ist noch übrig brian nochmal da kommt er mit rogers kleiderschrank horse camp das ist jetzt natürlich wir gucken mal wie viel wir von dem runtergekribbelt bekommen von dem naja es reicht nicht ganz jetzt muss ich mir auf jeden fall einfallen lassen weil sonst wird das gleich richtig schmerzhaft für mich werden schlimme tina jetzt brauche ich die schlimme tina komm schon jetzt auf geht's auf geht's auf geht's mach den kaputt jetzt hier jawoll kaboom ja und dann ist er auch schon weg schlimme tina hat es nochmal rum gerissen ja das ist eine glatte 10 von 10 und dann schauen wir doch mal wie es aktuell aussieht hier vier minuten noch 26 haben bei denen gekämpft wir waren eigentlich das stärkste bei denen josh muss auch 91 kein einziger hat 100 punkte gegen uns holen können so dann schauen wir doch mal tularis lordado chris dorina homer jay robert krankus manuel k herrgleich exame ken burger cuddly werehog apokalyptica ricky ricky spanish burger boy jessi r tippicolada kings abdem amir palang nati nate r und just the player jeweils mit einer glatten hunde perfekt 23 leute mit 100 punkten eat fresh foods bei der dietronic der pate top das ulrike k junkhead mit 91 teglis ansca dennis ollie z henni gekko bounty gamer guy jojo michael the king j style jeweils wow jeweils mit ui 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 was ist denn hier gerade los j style auch 82 also mimo strommi 73 terence 64 thomas cooky 64 edgar santos 46 und max pain 10 48 aktive in diesem match hammer 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 ja das ist stark gefällt mir sehr gut 2 minuten 33 noch 8251 punkte zu 2206 beim kampf um platz 165 so wenn euch dieses video gefallen hat dann würde ich mich riesig über wo ist er wo ist er wo ist er wo 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 da da über einen daumen nach oben freuen schreibt mir was in die kommentare freut mich auch riesig abonniert den kanal falls ihr nicht getan haben solltet leute die glock und schaltet sich mal wieder ein wenn es wieder als animation zu oder mit mir dem herrn gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020